Musik 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 Judith Ganz stark gespielt, ums Netz. Keine Chance für den Franzosen. Aber was für eine Antwort hier. Diesen Rückhandblock. Kann er nicht mal blocken. Jetzt wieder halblang und dann mit dem... Was für eine Rückhand hier von Simon Guzuda. Schauen wir uns noch mal an. Aber wieder was für ein unglaublicher Rückschlag. Hier von Simon Guzuda. Schauen Sie, er läuft die Vorhand und zieht mit der... Aber ganz stark gespielt jetzt von Levisor. Kann den Satzball abwählen. Mit einem Weltklasse-Ballwechsel. Sehr starke Rückhand. So wie jetzt Guzuda. Und wieder ein längerer Ballwechsel. Und wieder mit dem besseren Ende für Levisor. Der hier ständig am Drücker war und er mit dem Vorhandschuss abschließt. Kossi fußt. Kossi fußt. Wenn es damit holt sich. Kossi fußt. 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 Was für ein Ballwechsel hier. Der beiden Franzosen. Franzosen. Lieber ein ganz starker Unterschiedblock, aber wie groß ist. Viehgefühl. Kackiert. Auch hier wieder. mit drei Satzbälle und den ersten nutzt er direkt mit einem längeren Ballwechsel, entscheidet er den dritten Satzbälle, 11 zu 7 für sich ja eigentlich in der Defensive aber dann mit der Rückkehr kommt er wieder in die Offensive diese Reaktion hier von Levisauer steht da und spielt den Ball einfach rein 1 zu 24 ganz stark gespielt jetzt von Gussi ist der eigentlich in der Defensive aber kommt er mit dem Vorhandtopfen zurück und den ersten nutzt er mit einem glücklichen Vorhandtopspin gewinnt es hier mit 3 zu 1 Uwe Levisauer und bringt die Zustandsfreunde aus Oxenhausen mit 1 zu 0 für und nach einer Klöpfchenpause geht es weiter 順 receivers und dem 0 für 3 3 4 4 5 5 6 Un Bis zum nächsten Mal.